Der Sat.1 Surf-Tipp Sat.1 präsentiert das Comedy-Festival in Zürich und Luzern Gönnen Sie jetzt Tickets auf www.sateis.ch Der Sat.1 Surf-Tipp Montag Mobile Act die ultimative Chance für diese vier Schweizer Bands Read It The Sign in the Opposite Container Sex Und Dusty Boys Auf der Konzerttour durch die Schweiz müssen sie sich beweisen Gecoacht werden sie von vier Profis Dem Gitarristen Sleddu Der Sängerin Emil Das Eis muss einfach sitzen Dem Rapper Blick Und dem Manager Alex Grob Die geistige Potenz zur Höhe Die Bands kämpfen um einen Music-Deal Und den Opening Act Von Christina Aguilera Mobile Act Battle of Bands Montag um 22.15 Uhr In Sat.1 Schweiz Mobile Act wird präsentiert Von Sony Ericsson Und Orange Morgen We can dance You can dance Sat.1 sucht Deutschlands besten und vielseitigsten Tänzer Ob Standard, Hip-Hop, Jazzdance oder Salsa Nur wer vor unserer harten Jury besteht Also da krieg ich Kretze Kommt weiter Geschaut Es kann nur der gewinnen, der auch in anderen Tanzstilen überzeugt Doch Kann eine Ballerina Breakdance Und kann ein Hip-Hopper Tango tanzen Am Ende entscheiden sie You can dance Das Sat.1 Show-Highlight Ab morgen Um 20.15 Uhr Gleich Die Show Bei der es um 250.000 Euro geht Und es zählt nur eine einzige Frage Deal or no deal Ein einziger Augenblick entscheidet Über Freude und Leid Deal or no deal Die Show der Glücksspirale Gleich Augen auf Sat.1 zeigt Teil